Also es ist ja bekanntermaßen immer so, dass Bayern sich bei Dortmund bei den besten Spielern begegnet. Aber jetzt macht uns Dortmund ein Angebot für... Da sind wir wieder back am Start bei einer weiteren Folge der Bayern-Karriere. Heute geht natürlich alles um das Thema Transfers, Transfers und... Habe ich schon Transfers erwähnt? Denn genau noch ein Tag in der Karriere und dann beginnt auch schon die Winter-Transfer-Phase. Ihr habt fleißig Kommentare unter die letzte Folge geschrieben. Über 600 Stück, wer mich nicht alles täuscht, mit sehr, sehr vielen Transfer-Vorschlägen und darum wollen wir uns in der heutigen Folge kümmern. Worum ihr euch am besten noch kümmern könnt, ist vielleicht genau noch rum auf die heutige Folge dazulassen. Würde mich wirklich mega freuen. Letzte Folge hatte fast 3000 Likes gepackt. Vielleicht packen wir auf die heutige Folge mit den Transfers und so weiter. Denke ich mal, wird eine sehr, sehr geile Folge. 3000 Likes wären extrem nice von euch. Wenn ihr noch auf dem Kanal seid, vergisst nicht abonnieren, Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts weiteres zu verpassen. Legen wir direkt mal los. Fackel nicht lange rum. Wir kommen zu den Umfragen der letzten Folge, die ja um Jerome Boateng und Javi Martínez ging. Dort ging es um die Frage, was sollen wir mit den beiden machen? Verkaufen oder behalten? Und in beiden Umfragen, ich werde sie jetzt einblenden, habt ihr euch eindeutig dafür ausgesprochen, dass wir beide Jerome Boateng, aber Javi Martínez auf die Transferliste setzen. Boateng ist mittlerweile auch schon 30, genauso wie Javi Martínez, der sich dazu in FIFA jetzt nicht unbedingt so gut steuern lässt. Und es wird Zeit, beim FC Bayern München langsam aber sicher auch auf diesen Positionen für neue Spieler zu sorgen. Da habt ihr natürlich einige Vorschläge gemacht und da haben wir die folgenden Namen. Für die Innenverteidigung drei sehr, sehr interessante Namen. Beginnen natürlich mit Martínez Delikte von Ajax Amsterdam. Wahrscheinlich das Top-Talent mit gerade mal 19 Jahren und einem 90er Potenzial. Wenn wir vielleicht Jerome Boateng quasi 1 zu 1 ersetzen, dann könnte man vielleicht einen der künftigen deutschen Nationalspieler holen für die Innenverteidigerposition mit Jonathan Thar von Bayern 04 Leverkusen. Und wenn man es da quasi Weltlasser haben möchte, dann kann man auch Milan Skriniar von Inter Mailand holen mit einem 85er Rating und dazu unglaublich im Potenzial ist der auch nur ein Rating schlechter als Boateng gerade. Für die sechste Position haben wir einen alten, bekannten Kollegen auf meinem Kanal, Thomas Partey, der mittlerweile beim FC Burnley spielt. Dazu Wilfried Ndidi, den ich hier sehr, sehr interessant finde bei Leicester City unter Vertrag. Sechser, hat wirklich ziemlich gute Attribute, ist schnell, hat einen guten Körper, kann eben auch Zweikämpfe gewinnen, also eigentlich das, wonach wir suchen. Auch Julian Weigl fände ich nicht uninteressant, aber da ist auch wieder das Problem, er spielt bei Wolfsburg, das heißt er genauso wie Thomas Partey wird leider Gottes unsere Liste verlassen müssen. Einer der Namen, der für sich von euch am meisten gewünscht wurde, das ist der gute Mann hier, De Jong, der mittlerweile aber auch nicht mehr bei Ajax spielt, sondern bei Brighton in der Premier League, das heißt den können wir leider auch von der Liste streichen oder müssen wir von der Liste streichen. Ansonsten haben wir dann noch für die Stürmerposition Depay von Lior Kutrone vom AC Mailand, Timo Werner von RB Leipzig, Jan-Fiete Ape vom HSV, Millic, der aber auch mittlerweile bei Valencia spielt, das heißt auch der muss von der Liste runter. Und zu guter Letzt Andrea Belotti. Was die sechste Position angeht, werden wir uns eigentlich mal in der heutigen Folge ein bisschen zurückhalten, einfach weil wir da nur einen einzigen Namen auf der Wunschliste haben. Vielleicht habt ihr ja noch einige Vorschläge, was diese Position betrifft, wer soll denn jetzt wirklich der Nachfolger von Martinez werden, wenn wirklich drei, ja, ziemlich realistische und gute Optionen wegfallen. Ndidi könnte es natürlich werden, aber gibt es da vielleicht noch andere Namen? Einen hätte ich jetzt im Kopf, aber dazu kommen wir dann in der nächsten Folge. Wir schauen jetzt aber erstmal rein in die erste Trainingseinheit der heutigen Folge mit dem ersten Upgrade für Christian Früchtl auf das 75er Rating. Da könnten wir jetzt auch schon langsam aber sicher überlegen, ob man nicht vielleicht Ulreich auf die Transferliste setzt und dafür jetzt eben Früchtl als zweiten Keeper nutzt. Denn auch das schon unter den Kommentaren der letzten Folge und mittlerweile trennen Früchtl und Ulreich eben auch nur noch fünf Ratings und ich denke mal, Früchtl wird sowieso auf relativ wenige Einsätze kommen. Das heißt, wir könnten auch eigentlich Ulreich auf die Transferliste setzen und da vielleicht auch nochmal die ein oder andere Million einstreichen. Bevor wir jetzt aber loslegen, erstmal zwei Nachrichten zur Wintertransferphase. Erstmal natürlich kommt Davis bei uns an, nachdem wir den ja kurz nach der Sommertransferphase verpflichtet haben, ist er jetzt für Wien echt eben auch im Winter beim FC Bayern angekommen und dazu verlässt uns Sandro Wagner in Richtung RB Leipzig, die natürlich bekanntermaßen auf 31-jährige Stürmer stehen. Passt perfekt ins Leipzig-Konzept, 31 Jahre alt, quasi noch am Anfang der Karriere. Und ich sehe gerade, Kutrone ist ebenfalls gewechselt. Das heißt, gefühlt die Hälfte der Spieler, die wir eigentlich quasi auf der Wunschliste hatten, ist jetzt bei irgendeinem anderen Verein unter Vertrag. Wahnsinn. Also wirklich, was Transfers im FIFA 19 Karrieremodus angeht, passiert, finde ich zumindest, deutlich mehr als vorher. Ich weiß nicht, wie ihr das Ganze seht. Schreibt es mir mal gerne unten in die Kommentare. Jetzt, wo Sandro Wagner weg ist, würde ich mal sagen, kümmern wir uns als allererstes um einen neuen Sturm-Backup. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, liegt meine Wahl zwischen Memphis Depay und Timo Werner. Ich finde die beiden auch relativ ähnlich, was die Attribute angeht. Beide sind schnell, beide sind abschlussstark. Dazu eben auch quasi in der Lage, auf dem Flügel zu spielen. Wir sehen, Depay kann als Stürmer und sogar als Linksflügel spielen. Also wäre Depay quasi so, also Werner kann sich natürlich auch spielen, steht jetzt nicht da. Aber Depay hat eben auch noch den großen Vorteil, dass er sehr gut auf dem Flügel spielen kann. Fünf Sterne Skills dazu auch noch. Hat aber eben genauso wie Timo Werner diesen Torinstinkt mittlerweile bei Lyon entwickelt. Und ich denke mal einfach aus dem Grund, da wir Timo Werner schon in der FIFA 18 Karriere verpflichtet haben und ich Depay wirklich mega interessant finde, der wurde ja auch eine lange Zeit mit Bayern in Verbindung gebracht, als er ja damals zu Man United gegangen ist. Was ja bekanntermaßen jetzt nicht unbedingt der schlauste, ja der schlauste Wechsel für ihn war, die beste Entscheidung. Jetzt eben bei Lyon quasi so ein bisschen am Rehabilitieren wieder zurück in die, ja gute Karrierelaufbahn kommen. Macht das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass er noch irgendwann den Schritt wagt und zu einem größeren Verein wechselt, wie zum Beispiel zum FC Bayern. Würde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne sehen. Ist, wie ich finde, ein unglaublich interessanter Spieler. Habt ihr sehr, sehr oft unter die Kommentare der letzten Folge geschrieben. Und ich denke mal, wir werden versuchen, den guten Mann jetzt mal zu verpflichten. Und ich sehe gerade, der FC Chelsea hat ebenfalls Interesse, Depay zu verpflichten. Das heißt, da müssen wir uns auf alle Fälle beeilen. 50 Millionen Euro ist die Schmerzensgrenze von Olympique Lyon und das geben wir jetzt einfach mal für einen Backup-Stürmer aus. Das ist echt eine verrückte Fußballwelt. Aber ich denke, ein Spieler mit der Qualität von Depay ist das Ganze wert und ich hoffe nicht nur unbedingt, dass er in der Zukunft das Backup für Lewandowski sein wird, sondern unseren polnischen ersten Stürmer auch irgendwann mal ersetzen wird. Wir holen den guten Mann zum FC Bayern und auf den, muss ich sagen, habe ich richtig, richtig, richtig Bock. Also ich glaube, der wird uns einiges an Freude bereiten. 50 Millionen Euro haben wir dafür bezahlt. Ich hoffe, dass sie sich auf alle Fälle lohnen werden. Bisher die Transfers, muss ich sagen, waren ja alles andere als schlecht. Ein Hammes ist krass eingeschlagen. Favar und Max machen ihre Rolle als Backups sehr, sehr gut. Und Martial, ich glaube, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich denke mal, die Leute, die die letzte Folge gesehen haben sollten, wissen, dass der mittlerweile auch schon ziemlich, ziemlich gut angekommen ist. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, warten wir erstmal ganz kurz. Wir chillen erstmal quasi so ein bisschen und gucken, wie wir Borteng verkaufen, für wie viel. Martin ist natürlich genauso. Was wir da für Angebote reinbekommen, für wie viel wir die beiden verkauft bekommen, damit wir natürlich noch ein bisschen mehr Budget haben, weil jetzt auch nur noch 40 Millionen Euro quasi auf dem Konto sind. Und das ist halt nicht so viel. Damit können wir uns wahrscheinlich nicht mal Jonathan Tarr oder auch kein Skriniar, niemals Skriniar leisten. Deswegen, gut nach dem Motto, erstmal verkaufen und dann kaufen. Und, da sehe ich auch schon, Transferangebot für Borteng. Und zwar von Juventus Turin. Die bieten schon mal 7 Millionen Euro über Marktwerte, nämlich 40 Millionen Euro. Wir können aber nochmal ein bisschen hochgehen und ich denke mal, das werden wir auch in den Verhandlungen. Und genau das erreichen wir auch. 48 Millionen Euro zahlt Juventus Turin für Jerome Borteng. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Summe, dafür, dass er auch schon 30 Jahre alt ist. 48 Millionen Euro, das sind 15 über Marktwerte. Ich denke mal, über so eine Summe kann man sich nicht beschweren. Darauf gibt es jetzt erstmal die nächste Trainingseinheit und das nächste Upgrade für Wolf, wo ihr auch sehr viel unten in die Kommentare geschrieben haben, dass er vielleicht das Backup für Martinez werden soll, beziehungsweise nicht das Backup, sondern der Ersatz. Aber ich glaube, vom Rating her ist er da noch ein bisschen zu weit entfernt von. Wobei das Potenzial bei Wolf halt schon unglaublich krass ist. Also 88 bis 94, das ist wirklich der nächste Sebastian Schweinsteiger, den wir hier gefunden haben. Und der ist gerade mal 16. Das nächste Spiel in der Liga für uns gegen RB Leipzig, die der Zeit auf Platz 6 sind. Für uns geht es ja immer noch um die Meisterschaft. Wir sind, ja, mit einem Spiel weniger, vier Punkte hinter Borussia Dortmund und müssen unbedingt gewinnen, um den Abstand weiterhin bei einem Punkt zu halten. Also der Meisterschaftskampf in unserer Karriere quasi genauso spannend wie der Zeit in echt. Der FC Bayern so ein bisschen am Strugglen, genauso wie es bei uns der Fall war. Jetzt müssen aber drei Punkte her gegen RB Leipzig. Gnabry mit der Führung, das ist schon mal sehr, sehr gut. Werner mit dem Ausgleich, das ist nicht sehr, sehr gut. Da drückt er mir jetzt rein, dafür, dass ich jetzt Depay geholt habe. Sehr, sehr nett vom guten Timo. Erste Halbzeit vorbei. Rote Karte bei RB Leipzig. Gnabry mit dem zweiten Tor. Sehr, sehr nice. Jetzt wir überspringen und es wird ein 3 zu 1. Wandowski schießt ein Tor und beschießt ein Elfmeter in der gleichen Minute. Egal, 3 in Sieg. Soll mich nicht stören. Boateng ist verkauft. Damit haben wir ein sehr, sehr nettes Transferbudget von über 80 Millionen Euro noch zur Verfügung. Jetzt geht es also um die Frage des Innenverteidigers. Da muss ich sagen, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Wir hätten hier mit Skrinja oder Skrinja eben den quasi 1 zu 1 Ersatz. Mit 23 Jahren auch noch sehr, sehr viel Potenzial. Würde halt wahrscheinlich unser ganzes Transferbudget ausschöpfen. Meta eine sehr, sehr realistische und wie ich auch finde sehr, sehr interessante Option. Weil er einfach vom Spielertyp her ziemlich ähnlich ist wie eben ein Boateng. Der ist physisch ein absoluter Bulle. Der hat ein ordentliches Tempo, würde ich sagen. Der hat auch kein schlechtes Passspiel. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Boateng war ja auch immer einer mit seinen langen Pässen und so weiter. Hat er auch geglänzt. Mittlerweile eher nicht so. Aber ich denke mal, Jonathan Tah geht in eine ähnliche Richtung. Und auch Delikt natürlich auch nicht unrealistisch. Ist ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und dazu gerade mal 19 Jahre alt. Und was der mit 19 schon auf dem Kasten hat, ist schon ziemlich, ziemlich krass. Ich werde für alle drei ein Angebot machen. Und da gucken wir einfach mal, für wie viel Geld wir Delikte Tah und Skrinja bekommen. Und da kann man ja auch quasi so ein bisschen abwägen, welcher sich am ehesten lohnen würde. Für Delikt müssten wir 36 Millionen bezahlen. Für Tah eine Million weniger, als wir für Boateng bezahlt haben, beziehungsweise bekommen haben, nämlich 47 Millionen. Und zu guter Letzt Milan Skrinja, wo sich Inter Mailand Gedanken machen muss, bei 65 Millionen Euro. Und das Angebot wiederum ist inakzeptabel. Da wollen sie 81,8 Millionen Euro haben. Muss ich tatsächlich sagen, für mich fällt Skrinja weg, einfach weil der ein bisschen zu teuer ist. 81 Millionen Euro, das ist schon wirklich ein Stange Geld. Wir könnten ihn vielleicht für 75 bekommen. Aber die Frage ist, sind quasi 30 Millionen diese zwei Ratings Media als Tart. Wirklich wert ist halt die Frage. Das heißt jetzt die Frage, Jonathan Tart oder Matthias Delikt. Beide in meinen Augen. Sehr, sehr interessante Spieler. Aber jetzt kommt eben so der Punkt. Beides ist nicht unrealistisch. Delikt ist halt so das Standardtalent. Das ist halt irgendwie schwierig. Also ich will nicht unbedingt nur die absoluten Standardspieler meiner Karriere holen. Wir wollen das Ganze realistisch halten. Wir wollen auf der anderen Seite auch interessante Spieler holen. DePay, C für mich dazu. Oder auch ein Philipp Marx als Linksverteidiger, Backup. Deswegen Delikt ist halt so ein bisschen zu Standard, finde ich. Tart ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt unbekannt. Kennt jeder, ist ein Talent. Aber in meinen Augen auch mit dem Aspekt, dass wir quasi einen ähnlichen Spielertyp wie Boateng holen und damit quasi die, ja wahrscheinlich zukünftige deutsche Innenverteidigung bei uns im Verein haben mit Süle und mit, ja eben Jonathan Tart, wenn er kommen sollte. Denke ich mal, spricht ein bisschen mehr für Tart. Ist nicht unbedingt das Standardtalent. Dazu eben noch der Fakt. Deutsch, künftige Innenverteidigung mit Süle. Und ich denke mal, das spricht schon für Jonathan Tart und deswegen werden wir den guten Mann verpflichten. Jetzt wird es aber Zeit, auch hier quasi so einen kleinen Generationswechsel einzuleiten und Christian Früchte so ein bisschen ans Bayern-Tor ranzuführen und ich denke mal, als zweiter Kiefer geht das ein bisschen besser. Sven Ulreich verlässt den Verein. Wir hatten noch eine ganz gute Ablösesumme und Ulreich ist vielleicht Stammspieler bei Schalke. Ist auch nicht schlecht. Also es ist ja bekanntermaßen immer so, dass Bayern sich bei Dortmund bei den besten Spielern beidiert. Aber jetzt macht uns Dortmund ein Angebot für Manuel Neuer. Ähm, ja. Ich denke mal, zwei Meinungen gibt es an der Stelle nicht. Auch wenn vielleicht 80 Millionen für so einen 32-jährigen Neuer. Nicht unbedingt schlecht werden. Der ist unser Kapitän. Der ist immer noch absolut genial. Der ist für mich immer noch der beste Keeper der Welt. Mittlerweile natürlich nicht mehr ganz allein auf dem Olymp. Mittlerweile ist ein Defea da. Oblak, Ter Stegen, Courtois und so weiter. Aber für mich 10-mal neu immer noch zu den besten Keepern der Welt und deswegen werden wir den nicht verkaufen und vor allen Dingen nicht an Borussia Dortmund. Und da haben wir unseren neuen Mann für die Innenverteidigung. 47 Millionen hat er gekostet. Jonathan Tah von Bayern 04 Leverkusen kommt zum FC Bayern. Jetzt haben wir also auch ein Transferangebot für Ravi Martinez von Paris Saint-Germain. Auch nicht uninteressant. Sie bieten schon mal 5 Millionen über Marktwert. Mal gucken, was wir da noch so rausholen können. Um genau zu sein, springt einiges raus, denn PSG ist bereit, 10 Millionen für Ravi Martinez über den Marktwert zu gehen und zahlte 33 Millionen. Und die zahlen sogar 35 Millionen. Das heißt, mir ist eigentlich egal, wo Ravi Martinez hingeht. Am ehesten natürlich zu Real, wo wir ein bisschen mehr Geld bekommen. Aber ich glaube, um die 2 Millionen kommt es im Endeffekt auch nicht an. Und auch Rafinha wird den Verein verlassen. Da schließt er nämlich einen Vorvertrag mit Monaco und ich denke mal, das werden wir nicht verhindern. Ich meine, jetzt unnötig mit ihm zu verlängern, um ihn zu verkaufen, müssen wir nicht. Ich denke mal, echt wäre das auch eine ganz gute Option, Rafinha einfach den Vertrag auslaufen zu lassen, genauso wie bei Robben und Ribery. Und genau das werden wir machen. Nächste Saison müssen wir uns natürlich um neuen Rechtsverteidiger kümmern. Aber bis zum Ende der Saison bleibt Rafinha natürlich unser Rechtsverteidiger-Backup. Und tatsächlich kommt es zu einem Stillstand bei den Verhandlungen zwischen Martinez und Pégea. Also gut, dass wir dann nochmal in die Verhandlungen mit Real reingegangen sind. Nächstes Spiel in der Liga auswärts gegen Hoffenheim. Wir werden uns in der heutigen Folge eher auf die Transfers konzentrieren. Aber ich bin gerade im Überlegung. So ein Spiel machen, denke ich mal, wäre heute gar nicht mal so verkehrt. Das ist die Mannschaft, die reingehen würde ins Spiel. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Und ja, egal, auf geht's, los jetzt. Halt's Maul, Dennis, los. Rein einfach ins Spiel. So, let's fetz. Auf geht's, ich bin hyped. Goretzka, schön die Lücke für Comor gesehen. Sehr, sehr stark. Flache Flanke, leider kommt die nicht an. Oh, Lewandowski, versucht's mal. Keine Reaktion von Baumann, komisch, so knapp, was heißt so knapp, so weit ging der jetzt auch nicht am Tor vorbei. War schon ein bisschen knapper, als der das hier dargestellt hat, der Baumann, der Frechdachs. Oh, Gott Hilfe. Ah, Neuer, was der hier für ein Pass spielt. Wahnsinn. Ah, komm, schön Konter einleiten hier. Macht er stark, Martial. Das ist seine Situation. Oh, knapp übers Tor. Das wär's gewesen. So ein richtig geiler Konter, einfach durch eine Situation, die für uns brenzlig wird, aber dann von so einem genialen Pass von Neuer geklärt wird, aber dann leider Martial knapp übers Tor. Dann mal von Thiago, jetzt Lewandowski. Oh, der kriegt die. Schön. Gut Druck gemacht. Lewandowski, abgefälscht. Oh Gott. Oh, da kommt keiner zum Kopfball. Och ey, das ist doch der Wahnsinn. Was machen die denn da? Oh, mein Gott. Das sind solche lächerlichen Gegentore, die wir kassieren. Wahnsinn, wirklich. Wahnsinn. Da köpfen sich, die köpfen sich gegenseitig um. Wahnsinn. Wirklich. Hoffenheim geht in Führung durch. Was ist das? Och, was machen die denn da? Da stehen zwei Mann. Wirklich zwei Mann. Stehen bei Amiri. Und, oh Gott, was machen die denn da? Oh Gott, was ein Fehler. Wir kassieren derzeit so dermaßen viele Tore nach Ecken und Flanken, ne? Da müssen wir uns irgendwie echt mal verbessern, weil so kann es eigentlich nicht weitergehen. Erster Zeit vorbei. Bisher muss ich sagen, gefällt es mir nicht so gut. Wir hatten die ein oder andere Chance, aber dann so ein dummes Gegentor zu kassieren, das muss in der zweiten Halbzeit besser werden, weil wir halt eigentlich keine Punkte liegen lassen dürfen. Das heißt, vielleicht ein bisschen das Formation, das Formation vor allen Dingen, das System und die Formation ändern. So sieht es aus. Wir ändern auf ein, 4-4-2, hätte ich gesagt. So sieht es aus. Goretzka und Rodriguez gehen dann mal auf die Doppel-Acht. Thiago verlässt das Feld. Depay kommt rein. Geht auch mal in die Sturmspitze zusammen mit Martial, denn wir werden auch Lewandowski rausnehmen. Auch der hat mir nicht so gut gefallen, beziehungsweise werden auch James rausnehmen. Das sind drei Wechsel. Tolisso, Goretzka auf der Doppel-Acht. Robin und Depay vorne, das heißt, so ein bisschen niederländische Power, aber auch eben Tolisso auf der Doppel-Acht. Hoffentlich wird das Ganze so klappen. Haben wir es rausnehmen, das ist eigentlich, könnte ein Fehler sein, aber könnte auch eben genau die goldrichtige Entscheidung gewesen sein mit so einem Allrounder wie Tolisso da eben im Mittelfeld zusammen mit Goretzka, weil wir müssen ihn natürlich auch irgendwie noch verteidigen. Deswegen gehen wir auf jeden Fall rein, zweite Halbzeit und gucken, was noch so gehen wird. Und Goretzka, starker Ball und jetzt Depay durch. Komm, Memphis Depay hat das Tempo, hat den Abschluss. Oh Gott, junge Eckfahrt, Ziel schießen, sein Urgroßvater. Komm, jetzt wieder starker Ball von Martial auf Depay. Jetzt der Abschluss und Baumann hält. Oh Gott, aber das funktioniert vorne. Gefällt mir besser als mit Lewandowski, der da halt solche Sprint-Duelle eben nicht gewinnt wie Depay. Oh Mann, kann er jetzt auch mal sein Tempo ausspielen. Flanke in die Mitte, da steht doch Martial. Jawohl. Da geht die Torstreak weiter. 82. Minute, komm schon, das Ding ist noch nicht verloren. Beim besten Willen nicht, Ausgleich in der 82. Jetzt muss das Ding hier in den letzten 10 Minuten gerockt werden. Jetzt muss noch mal so eine Szene passieren. Da ist er mal frei, endlich. Da macht er den noch rein. Wahnsinn, also Martial hat sich über die letzten Folgen echt zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Wir gehen jetzt nicht ernsthaft zur Eck fahren, oder? Ah, wollte schon sagen. Oh Gott, nein, nein. FIFA 19 und deine abgef***ten Fallrückzieher, du blöder Sohn. Du abgef***ter B***er, dich Ich dachte, die gehen zur Eckfahne. Klar, bringt die Flanke rein und Belfort hielt auch den Fallrückzieher raus. Wer kennt's denn nicht? Der alte King, der alte Fallrückziehermacher. Der hat auch 50 Fallrückzieher-Tore in seiner Karriere gemacht. Wer kennt's denn nicht? Jeder Spieler an FIFA 19 kann Fallrückzieher. Gott, f*** dich doch, Das war's an der Stelle auch mal wieder komplett. Ja, damit haben wir leider Gottes wieder Punkte auf Dortmund verloren. Vier Punkte dahinter, also mit solchen Niederlagen, Wahnsinn, also wirklich. Das war echt, ja, will ich, glaube ich, will ich auch nicht näher drauf eingehen. Wir gehen in die nächste Trainings-Einheit rein. Da gibt's auch das nächste Upgrade für Früchtl auf das 76er-Rating. Sehr, sehr nice. Wir sehen schon oder haben gerade gesehen, falls ihr es gesehen haben solltet, Martinez ist tatsächlich zu Real Madrid gewechselt für eine Summe von 35 Millionen Euro und wenn sich Ulreich auch noch verkauft hat, das steht hier leider Gottes nicht, dann hätten wir doch noch ein bisschen mehr Transferbudgets zur Verfügung. Um genau zu sein, haben wir jetzt 75, wenn da noch die Millionen von Ulreich draufkommen, über 80 Millionen Euro und ja, viel zu kaufen haben wir nicht. Jetzt kriegen wir noch ein Angebot für Thiago rein, den ich aber weniger verkaufen möchte, deswegen werden wir das ablehnen. Ich glaube, die Nachricht von Ulreich habe ich einfach verpasst, wenn mich nicht alles täuscht, weil ich glaube, bei uns ist er nicht mehr. Das heißt, ja, er ist gewechselt. Ich habe die Nachricht wahrscheinlich irgendwie versehentlich gelöscht. Das heißt, auch die Millionen sind jetzt schon da. Das heißt, wir haben zurzeit, ja, 75 Millionen Euro zur Verfügung und quasi noch eine Position zu besetzen, nämlich das Backup beziehungsweise der Ersatz für Javi Martinez. Erstmal noch das monatliche Scouting-Update. Das ist, denke ich mal, auch nicht unbedingt uninteressant. Wir haben Peter Braun, der ist jetzt nicht so das Wahre. Auch nicht. Oliver Meier. Na, geht. Aber würde ich jetzt auch nicht mitnehmen. Der sieht schon, ah, schlechtes Rating hat, leider Gottes. Potenzial ist aber richtig stark. Das heißt, den werden wir einfach mal mitnehmen. Wir haben Robert Richter, Dennis Krause, Niklas Bergmann, Justus Schneider. Reicht auch nicht vom Rating her. Wir müssen halt irgendwie 60er-Ratings oder so bekommen, aber die sind halt nicht unbedingt, äh, wie gesagt, an einem Meer vorhanden. Das geht dann schon eher in diese Richtung. Jonas Hansen, Mavinan Hansen, 94, 74 bis 94 Potenzial, Justus Graf, nehmen wir auch mal mit. Gehören noch zu den besseren Talenten, aber bis auf der gute Wolf und der eine Rechtsverteidiger, der halt ein zu niedriges Rating hat, ist da halt nicht so viel wirklich Gutes dabei bisher in der Jugend bei uns. Wir gehen abschließend für die heutige Folge nochmal in die Simulation rein. Gegen den VfB Stuttgart geht es heim ran. Da gibt es einen 3-2-Sieg, zwei Tore von Command, eins von Martial. Lewandowski derzeit so eine kleine Torflaute, habe ich das Gefühl. Damit sind wir in der Bundesliga-Tabelle immer noch, obwohl, naja, okay, gut, Dortmund hat das eine Spiel noch nicht gemacht. Schauen wir mal. Ja, wieder vier Punkte dahinter. Da kommt noch ein Angebot für Thomas Müller rein. Darum kümmern wir uns dann aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, smash den Like-Button, 3000 Likes auf die heutige Folge wären extrem nice von euch. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, abonnieren und die Glocke aktivieren. Nicht vergessen. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.